Läuft bei mir! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Es war nur wirklich ein Spaß gerade. Es war wirklich nur ein Spaß. Ich hab euch nicht verarscht. Ich hab euch nicht verarscht, Leute. Es ist nice, nice! Wunderbar! Nice. Moin, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren King of Seas Video heute. Und ja, Leute, bevor ich jetzt anfange, möchte ich mich nochmal ganz kurz bei euch bedanken für die krassen, ja, wirklich die krassen Bewertungen. Es ist einfach abnormal. Es ist wirklich abnormal. Die Aufrufe, die Bewertungen an sich, ähm, es ist einfach wirklich ziemlich nice. Und es freut mich wirklich, dass so viele King of Seas schauen. Hätte ich am Anfang wirklich nicht gedacht, weil ich dachte so, hm, es kennt sowieso fast keiner King of Seas. Wie ist gut? Es hat 10 Millionen Downloads. Ähm, also es wurde schon 10 Millionen mal gedownloadet oder so, aber ich hätte nicht gedacht, dass jetzt so viele zocken und dann auch so viel auf meinem Kanal schauen. Es ist wirklich ziemlich nice. Dafür auf jeden Fall nochmal ein riesenfettes Dankeschön an euch. Und ihr könnt mir auch einfach mal gerne in die Kommentare unten schreiben, was ihr demnächst sehen wollt. Ähm, ja, ich, ähm, hab zwar auch noch viele Dinge, die ich quasi machen könnte. Mir fallen da sicherlich einige noch ein. Aber, ähm, ich möchte natürlich auch, dass ihr so ein bisschen, ähm, ja, eure Themen vielleicht auch mal, ähm, vorstellt und die einfach mal in die Kommentare schreibt. Ähm, was ihr ganz gerne sehen wollt. Das ist, denke ich, auch mal ganz wichtig. Und bevor ich jetzt zu viel labere, fangen wir auch direkt damit an. Und zwar heute möchte ich in den, äh, Singleplayer-Kampagne, möchte ich die ganzen restlichen Level, ähm, die ich noch nicht habe, möchte ich ganz gerne mit euch natürlich machen. Und dazu gehen wir jetzt auch direkt mal auf Überfall. Und, ja, man sieht schon, mir fehlen jetzt hier, es lädt, ich wollte eigentlich gar nicht rein. Ich wollte eigentlich gar nicht jetzt rein. Ich wollte eigentlich nur runterscrollen. Ähm, und man sieht hier, ähm, ja, es sind so quasi die letzten drei Level, die mir fehlen. Ich hab hier bei 95 einstimmte, äh, 94 zwei Sterne. Ja, und 96 hab ich's halt noch nicht geschafft. Da hab ich überhaupt gar keinen Stern. Und ich würd sagen, wir fangen einfach mal an, hier bei Stufe 95. Äh, ja, ich find die, ich find die wirklich krass. Also, ich hab natürlich überall schon die, ne, Schlösser aufgebrochen, was auch immer. Und, ähm, es ist wirklich schwierig. Ich finde, ich finde, keine Ahnung, die Level sind auf jeden Fall mega schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie ich's eben gemacht habe. Ich bin irgendwie so, ne? So, und dann muss man das irgendwie so machen. Dann sind wir jetzt hier schon mal. Und dann wird's interessant, meine lieben Freunde. Dann wird's interessant. Und das ist jetzt krass, die Frage, wie man's macht. Es ist sicherlich so, es haben viele von euch schon, ja? Es haben wirklich viele Leute von euch diese Level schon. Ähm, ich noch nicht. Und ich weiß auch noch nicht, wie die gehen. Und ich möchte das einfach mal heute herausfinden. Ich will die ja heute unbedingt schaffen in diesem Video. Es könnte ein bisschen lange dauern. Aber ich werd das wieder so handhaben. Ich werd das wieder so schneiden, ähm, dass es möglichst, ja, spannend wird. Mega lustig wird. Also, ich bemühe mich natürlich. Aber ich kann's nicht versprechen. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, wie man's macht. Okay, wir müssen am Anfang wirklich abwarten. Dann so. Und dann einfach nicht springen. Und dann gehen wir rein. So, jetzt ist das Problem. Das wird jetzt richtig schwierig. Ich muss auf jeden Fall an der Wand hier rankommen. Am besten, wenn der... Ja, weiß ich nicht. Okay, das war jetzt close. Hüpfen. Und jetzt wird's interessant wieder. Ja, ich muss halt einfach gucken, dass ich... Ich muss jetzt einfach jetzt... Ja, das ist viel zu... Viel zu spät. Ja, es ist einfach mega. Es ist mega schwierig. Wie soll man das denn machen? Ich mein, der Anfang und so, der ist ja wirklich nicht schwierig. Aber was schwierig ist, ist halt einfach dieser Scheiß. Genau das ist das. Genau das ist es. Habt ihr's gesehen? Es ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Es ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hätt's wirklich geschafft. Ähm, so. Jetzt hat's ein bisschen geleckt. Gebe ich selber zu. So, und das war jetzt... Ich weiß nicht. Wir müssen da vielleicht unten zählen. Aber irgendwie muss das doch gehen. Ich mein, ich hab's einmal geschafft. Ihr habt's da gesehen. Ah, es ist halt wirklich... Man muss es halt so machen. Anders geht's halt nicht. Ja, und das ist halt Timing. Es leckt ein bisschen grad. Hm, das Timing stimmt wieder nicht. Müssen den richtigen Rücken muss er finden. Und der war scheiße, der Rhythmus. Jetzt bleiben wir mal stehen. Eins, zwei, drei. Gehen bei drei Sekunden hoch. Und die drei Sekunden sind's dann nicht. Versuchen wir's nochmal erneut. Wie gesagt, das Level ist wirklich schwierig. Das wollte ich ganz gerne mit euch machen. So, ich denke mal, vier, fünf Sekunden waren das jetzt schon. Und diese vier, fünf Sekunden, die wären's gewesen. Die wären's gewesen. Die vier, fünf Sekunden, Leute. Die vier, fünf Sekunden wären's tatsächlich gewesen. Zwei-dausend Jahre später. Schade, ja. Und da hab ich ne Meldung bekommen von Windows. Ich muss mal kurz gucken. So, Leute. Da sind wir wieder zurück. Ich weiß jetzt grad nicht, was das für ne Meldung war. Ich hab jedenfalls nichts gesehen. Bestimmt wurde ich wieder bei Clash of Clans oder so angegriffen. Dann kommt immer so ein Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Aber eigentlich müsstet ihr das gehört haben. So, das müsste passen. Und jetzt mach ich den Fehler nicht. Wir gehen so. Und jetzt ist die Frage, wie gesagt. Jetzt ist die Frage, wie wir's machen hier. So, perfekt, perfekt. Und jetzt ist die nächste Frage. Ne, ist keine Frage mehr. Wir haben's geschafft. So macht man's, Leute. Genau so macht man das fehlerlos. Perfekt. Und da haben wir das Level geschafft. Wunderbar. Und ich würd sagen, wir kommen zu Stufe 94 und machen das nächste Level. Und ja, mal gucken, wie das so ist. Wir brauchen mal wieder auf jeden Fall Jahre bestimmt. Ähm, sinnvoll wäre es, von der Seite dann da so reinzukommen. Das wär am sinnvoll jetzt. Und so einmal kurz warten. Zack. Und ja, okay. Das war jetzt dann ein bisschen unlucky grad. Okay, das war einfach nur schlecht, nicht unlucky. So, da wieder gewartet. Wunderbar. Und dann perfekt. Wunderbar. Und jetzt müssen wir das... Wobei, so geht's auch. So geht's auch. So, die Fliege kommt. Das heißt, ich muss quasi gehen. Und... Und es war... Es war knapp. Es war knapp. Okay, wir hätten auch keine drei Sterne bekommen. Aber es war knapp. So, also diesen... Also, das haben wir jetzt schon raus. Das ist gut. Und so macht man's eigentlich dann auch. So nicht. Da... Weiß ich nicht. Manchmal schaff ich's. Manchmal nicht. So. Ja, okay. Das war jetzt Fail. Das vielleicht jetzt nicht. Oh, Leute. Das war jetzt los. Wer... Ah. Das war jetzt wirklich nur Millisekunden. Also, man hat schon gesehen. Ähm, ich komm da deutlich näher. Als wie ich's anders versucht habe. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach mal... Versuchen wir das jetzt einfach mal so. Vielleicht klappt's ja irgendwann. Vielleicht muss ich auch... Ich muss ja wirklich nur... Wenn ein Tick später abspringen. Oder ein Tick früher irgendwo abspringen. Mehr ist das ja nicht. So. Zack. Perfekt. Und dann hat man's. Perfekt. So meine ich das. Also, Leute. Ihr habt's gerade gesehen. So macht man's. Und... Ja, wir machen's jetzt auf jeden Fall. Zack. Dann hier. Dann so. Dann... Das ist hier keine Kunst. Dann hier nicht zu spät abspringen. Und dann... Und dann hat man's tatsächlich, Leute. Es war wirklich... Es ist wirklich... Man muss es so machen. Also, ich denke, man kann's auch irgendwie anders machen. Aber so ist es wirklich deutlich leichter. Und ja, Leute. Ähm. Damit haben wir jetzt schon das Level fertig. Und jetzt kommen wir zu dieser letzten Stufe. Wo ich halt einfach noch gar keinen Stern habe. Also, das habe ich in meinem Live noch nicht geschafft. Und das wird auf jeden Fall mega, mega, mega knapp. Okay. Wir versuchen's einfach. Wir versuchen's. 5.000 bringt uns das. Gut. So. Das ist jetzt auf jeden Fall wirklich schwierig. Obwohl vielleicht... Ja, okay. Man darf halt einfach nicht in die... Na, obwohl. Man darf in die Kuhle reinkommen. Aber... Ja, scheiße. Hier kann man halt das nicht irgendwie mit Abteilen machen. Habe ich so das Gefühl. Das geht ein bisschen schlecht. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Wir müssen hier lang. Zack. Zack. Ich muss in dieses Level erstmal reinkommen. An der Geschichte. Man kann hier auch schlecht teilen, weil man... Echt... Oh! Das hätten wir jetzt schaffen können. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie ich's gemacht habe eben. Es ist halt... Keine Ahnung, wie man's macht. Oh, Leute! Das könnte jetzt... Was werden. Oh, ich war so schlecht. Aber vielleicht so irgendwie in der Art, in der Richtung... Sah doch schon mal ganz gut aus. Das ist so die Sache. Die will ich halt schaffen, dass wir da irgendwie rankommen. Zack. Zack, zack. Genau so will ich das machen. Und dann nicht so. Dann nicht... Dann bitte nicht so, Paul. Bitte dann nicht so. So. Zack. Perfekt. Genau so macht man's. Und dann muss man das doch genau da auch machen. Nur dann kommt halt schon die Faust wieder am Start. Die kommt halt jedes Mal. Perfekt, perfekt, Leute. Ich freu mich grad. Ich freu mich grad. Nicht! Was mach ich? Nein! Scheiße! Ich mein, wir hätten's das erste Mal geschafft in unserem Leben hier im Gelben. Mann. Sah aber nicht schlecht aus, Leute. So, zack. Wir versuchen's nochmal. Perfekt, perfekt. Das ist jetzt... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Diese Scheiß-Kanone. War da wieder am Weg. Musste da wieder diese Scheiß-Kugel rausschießen. So. So, ich mein, das ist jetzt keine Kunst mehr. Das ist aber ne Kunst! Und wir haben noch drei Sterne. Bin ich jetzt verkrackt? Ich bin jetzt noch 30. Hä? OMG. OMG, Leute. Ich glaub, ich hab den Trick raus. Jetzt oder nie! Ich hab den Trick raus. Oh, scheiße. Ich hab den Trick raus. Oh, Mann. Wie schlecht. Es tut mir leid. Okay, passen Sie auf. Ich zeig euch, wie es... Ohne Witz jetzt, ne? Ich fahr... Arsch euch eigentlich nur, ne? Ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Passen Sie auf. Kurze Ruhe. Wir machen jetzt einen Ruhe-Durchlauf. Läuft bei mir! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Es war nur wirklich ein Spaß gerade. Es war wirklich nur ein Spaß. Ich hab euch nicht verarscht. Ich hab euch nicht verarscht, Leute. Es ist... Nice, nice! Wunderbar! Nice. Wunderbar! Ich hab's geschafft. Easy. Kein Problem. Mach ich jeden Tag so. Kein Problem! Wunderbar! Und das soll es auch mit dieser Folge gewesen sein. Ich glaube, ich hab jetzt 50 Minuten aufgenommen oder so. Ich hab gar keinen Plan. Ich hab das sowieso gerade alles in 6, 10 Minuten wieder geschnitten. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Also, ja, war schon schlecht von mir. Ich weiß. Aber gut, Leute. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dieser Folge. Und ja, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Eure Vorschlage sind gefragt. Und jetzt hab ich schon wieder eine Nachricht bekommen. Ich komme gleich. Und ja, schreibt mir einfach eure Vorschlage in die Kommentare. Schreibt, was ihr sehen wollt demnächst. Es interessiert mich. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video übrigens. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber King of Seas Videos werden auf jeden Fall jetzt des Öfteren kommen. Weil ich einfach sehe, es schauen wirklich viele. Es sind viele interessiert. Und dann ist es auch schlau eigentlich, mehrere King of Seas Videos zu machen. Also, in dem Sinne könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Hauen sie rein. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch halt gefallen hat. Aber ich denke mal, es war einfach nur scheiße. Aber gut. Das soll es gewesen sein. Hauen sie rein. Machen sie es gut. Tschüss.